hallo ich wollte kurz ein review nach einem jahr ungefähr mit dem glober dreirad welches auf laufrad umgebaut werden kann machen ich bin nicht so sehr begeistert von dem es gibt einiges was mir nicht gefällt beispielsweise was von vornherein so war ich hier die lenkung die ich total wabbelig instabil ein geradeaus fahren ist nicht wirklich möglich da man ständig korrigieren muss während ich hinten hin und her drehe passiert vorne gar nichts das ist schon mal meiner meinung ein großes manko des weiteren ist hier vorne hier wird vom rad der schmutz mit hoch hier rein da ist so ein hohlraum sammelt sich alles dann schleift und irgendwann mal blockiert fast dann muss man hier aufwändig das rad komplett raus und es reinigen und das kann man besser machen also das finde ich auch nicht so gut ja ich weiß nicht ich habe zwar geschenkt bekommen war ein geschenk für die kleine aber ich selber ich hätte mir nicht gekauft also ich nicht so begeistert bin ich nicht wie man sieht hier dass ich total wabbelig alles kann man sicherlich besser machen daher von mir von mir persönlich jetzt nicht so richtig nehmen empfehlung ja das war's mit meinem kurzen review geht besser tschüss tschüss